hallo und willkommen auf meinem kanal in diesem video möchte ich versuchen paar grundregeln das erste mal fliegen zu lernen also in der luft schweben auf eine stelle und wenn nötig den hubschrauber vernünftig zu trimmen wie gesehen vielleicht schon beim letzten video hat das nicht so schön geklappt da bin ich wild hin und her geflogen und dieses mal will ich das mal besser machen ich übergebe das die kamera an meinen sohn und der versucht das zu filmen ich werde versuchen wir ein bisschen zu wie sie sehen fliegt erstmal nach hinten versuche erstmal dass auf eine stelle schweben bleibt heute ist ziemlich windstill fliegt hier schon einigermaßen auf eine stelle so kann man das denke ich mal lassen fliegt noch ein bisschen zur seite versuche noch mal zu trimmen wie gesagt das ist jetzt mein zweites mal fliegen fliegt ziemlich schon auf eine stelle so würde ich das vielleicht erstmal lassen denke ich mal fliegt ein bisschen nach rechts jetzt zieht er doch nach links machen wir wieder zurück doch bisschen nach links machen wir wieder zurück fliegt doch ein bisschen nach links machen wir wieder zurück das ist erstmal im anfänger modus also links rechts brauche ich nicht nur dass es ein bisschen wegdriften macht er noch ein bisschen weil wenn ich jetzt wieder nach rechts mache dann fliegt er schon andere richtungen also müsste er schon ziemlich gut passen fliegt er wieder nach links vielleicht doch noch ein bisschen zu windig vielleicht doch noch ein bisschen zu windig weil eigentlich ist die windstill das schlitter auf eine stelle ziemlich jetzt habe ich mal mod 2 angemacht ein bisschen zügiger wieder mod 1 zu riechen 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 um mal wieder auf dem Karton zu landen. Wie ich das hinkriege, weiss ich nicht. Wie gesagt, ich bin noch am Eden. Schade, Leute. Oder neben. So, um mir hier zu landen. So, dann ein zweiter Versuch. Mit Jörgasse. Mit zwei Hände. Ich bin der Meinung, ich habe den jetzt einigermaßen gut getrimmt, dass er jetzt besser in der Luft beherrschbar ist. Die nächsten Schritte werde ich versuchen, mal ein bisschen nach vorne, nach hinten zu fliegen, wenn ich das hinbekomme. Die nächste detoxen. So, jetzt habe ich das. So, jetzt läuft zwei Hände. Ich war Club Constell von in den Barsche, aus dem Saal. Wir haben die Näheur. Irgendwer heute. Ich bin sehr schön, ich bin großartig. Und jetzt habe ich die Szene gefangen. So, jetzt wird die Szene fangen. Ich bin ganz so schön. Ich bin ganz schön, es komplett für Sie. Ich bin ganz schön. Es muss sich jetzt auf den Barsche. Und jetzt habe ich hier noch mal. Es muss sich jetzt in den Barsche. Ich kann jetzt mal. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Einzige, was ich noch ein bisschen lernen muss, oder ein bisschen viel lernen muss, wenn der Hubschrauber umgedreht ist, dass ich andersrum lenken muss, damit er nach vorne fliegt. Das kriege ich noch nicht hin. Obwohl, eigentlich, wenn ich jetzt den Hubschrauber gedreht habe, nach vorne drücke, dann fliegt er nach vorne. Das war's für mich. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? dated Lande bei Karton, Lande bei Karton, schaff doch Ruhe. Man wollte versuchen auf dem Karton zu landen, hat wieder nicht geklappt, muss ich noch ein bisschen mehr üben. So, ich denke mal das reicht für das erste Mal. So, der ist jetzt einigermaßen gut getrimmt und in den nächsten Videos werde ich dann weiter üben, aber für heute würde es erstmal reichen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Über ein Like würden wir uns sehr freuen mit meinem Sohn und danke, dass ihr da geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.